Da drin liegt jemand. Ist sie tot? Los, starte den Wagen. Diese Typen sind Drogenkurier. Haben sie dich gehört? Die Cops haben meine Freunde getötet. Ich brauche Hilfe. Wenn sie wollen, dass ich ihnen helfe, müssen sie mit mir reden. Sie müssen ehrlich zu mir sein, damit ich weiß, wie er hinter uns her ist. Mein Onkel arbeitet für ein paar wichtige Leute in der chinesischen Armee. Diese Leute kontrollieren eine Gegend, die man das Goldene Dreieck nennt. In diesem Gebiet wird Opium produziert. Der Deal sah so aus. Ich bekomme im Voraus die Hälfte. Und die andere Hälfte, wenn der Onkel hier ist. Ein ziemlich großer Typ, möglicherweise Indianer. Keine Ahnung. Er hat das Geld und er hat das Mädchen. Das ist Drogengeld und es ist offensichtlich chinesisches Drogengeld. Ich bin sicher, dass ein paar Leute sehr intensiv danach suchen. Er heißt Shane Daniels. Ein ehemaliger Special Agent. Der Typ ist eine Killermaschine. Offenbar haben wir einen Onkel in der Gewalt. Wenn wir nichts daneben werden sollen.